Das sind Cornelius und Lucio von La Siesta. Die beiden hängen Cornelius neue Hängematte in seinem Wohnzimmer auf. Dazu verwenden sie das patentierte La Siesta-Befestigungsset für Hängematten. Es hat einen ganz besonderen Wandhaken, der das Gewicht auf mehrere Bohrlöcher verteilt und somit optimalen Halt gewährleistet. Cornelius' Wände sind nämlich aus Sandstein und deshalb etwas porös. Dank der optimierten Gewichtsverteilung wird er sich den Traum einer Hängematte in den eigenen vier Wänden erfüllen können. Das Set besteht aus den beiden Haken, sechs Schrauben, sechs Dübeln und zwei Polyesterseilen mit je drei Metern Länge. Zum Befestigen braucht ihr nur eine Bohrmaschine und einen Bleistift. Erster Schritt. Such dir deinen Lieblingsplatz für deine Hängematte und bring erst mal die Seile an den Schlaufen an. Für das Aufhängen von Hängematten gibt es eine praktische Faustregel, die besagt, dass die Aufhängehöhe der beiden Hängemattenenden in etwa der Hälfte des Aufhängeabstandes entsprechen sollte. Grundsätzlich gilt, du liegst am bequemsten in deiner Hängematte, wenn sie in einem Bogen durchhängt. Am besten in Form einer Banane. Schritt 2. Markiere dir die Bohrlöcher mit dem Bleistift. Und dann bohren. Wenn die Dübel in der Wand sind, kannst du zum Befestigen der Haken natürlich auch einen Akkuschauber nehmen. Das Seil mit der Hängematte schiebst du von unten durch die Führung des Hakens und hängst die Schlaufe ein. Geschafft! Und jetzt entspannen. Die La Siesta Home Rope ist ein vom TÜV Rheinland geprüftes Befestigungsset zum Anbringen von Hängematten zwischen zwei Wänden und Made in Germany. Genau wie die universellen High-End-Dübel von Wörth. Mit ihrem patentierten Dübelschaft machen sie es endlich möglich, Hängematten an nahezu allen tragenden Untergründen anzubringen. Zum Beispiel Beton, Vollstein oder Hohlkammestein. Mit den Universalschrauben kannst du die La Siesta Home Rope außerdem an Holzwänden, Holzdecken oder Holzbalken befestigen. Der offene Wandhaken sorgt dafür, dass du die Hängematte schnell ein- und aushängen kannst mit nur einem Handgriff. Die La Siesta Home Rope ist für eine Belastung von bis zu 200 Kilogramm zugelassen. Die patentgeschützten Haken sorgen dabei für maximalen Komfort und Sicherheit für dich und deine Hängematte.